ich grüße dich schön dass du wieder eingeschaltet hast willkommen ja es verzeiht mir bitte die unterbrechung ganz kurz ich musste noch eine schöne schöne licht aufdrehen hier montag haben wir neue woche ja am ersten april sowie sowieso 31 märz gibt kein video weil der 31 märz ist ein sonntag der erste april ist montag feiertag natürlich ostermontag und ich darf hier definitiv auch sagen ich bin stolz darauf dass hier filmer gemacht werden die einem so gut gefallen dass sie im ganzen tag oder einen halben tag von mir aus nur filme geschaut werden marvel filme horror filme und 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 schwarz weiß filme aber nichts desto trotz sage ich mal trotzdem danke für die neuen abonnenten und abonnentinnen dass sie hier fleißig abonnieren in dem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und danke